Und heute Morgen zu dem Video, das schon ein bisschen angekündigt wurde, weil war klar, heute kommt der Bundesliga-Spielplan raus, den gehen wir jetzt hier zusammen durch. Ist auch eine ganz, ganz wilde Nummer gewesen, generell verschiedenste Leaks draußen gewesen und sowas. Heute Morgen ein schöner Spielplan auf der DFL-Webseite gewesen und um 11 Uhr dann die offizielle Kommunikation. Es war eigentlich sonst immer um 12, also irgendwas, irgendwie ein Maulwurf bei der DFL, irgendein Leaker war da irgendwie am Start, das war ganz komisch, aber egal, jetzt ist er offiziell und verkündet. Wir gehen jetzt mal durch, so ein bisschen die ersten Einschätzungen, natürlich meinerseits, natürlich auch gerne eurerseits in den Kommentaren. Sehr geil, schau mal, wir beginnen mit einem Heimspiel, entweder am 19. oder 20. August gegen Bochum, auch direkt halt nicht nur ein Heimspiel, sondern direkt ein sehr wichtiges Spiel auch noch. Das heißt, du hast Karawane und danach ein Spiel gegen den sehr, sehr wahrscheinlich mit Konkurrenten im Abstiegskampf. Da darfst du zumindest mal nicht verlieren. Viele mögen den Begriff vom Pflichtsieg nicht, aber ich nenne ihn hier trotzdem. Also erster Spieltag, Bochum zu Hause, nach Karawane aufgehypt, also da muss schon was gehen, will ich aber mal so ausdrücken. Gehen wir in die Hinrunde weiter durch, wird ziemlich direkt auffällig. Leipzig auswärts, Leipzig am zweiten und Freiburg zu Hause am dritten. Das ist genau das Gleiche wie 221 zu 22. Und auch generell geben diese ersten drei Spieltage, da ist so ein bisschen die Vibes von der Saison her, weil einfach dann, ja, war genau das Gleiche. Fürth Heimspiel, ich will jetzt nicht Fürth mit Bochum gleichsetzen, ich glaube nicht, dass wir Bochum zu Hause 5-1 schlagen. Klar, letzte Saison 4-1 geschlagen, ja, aber ihr wisst, was ich damit ausdrücken will, glaube ich. Aber danach halt auch Leipzig-Freiburg war genau das Gleiche. Freiburg zu Hause am dritten Spieltag, jetzt auch in der dritten Saison am Stück, das ist auch Vogelwild. Aber wie gesagt, diese Saisonstart ist echt ähnlich wie 21-22. Einen vermutlich engen Konkurrenten im Abstiegskampf. Heimspiel, danach Leipzig-Freiburg. Machen wir weiter danach. Mainz auswärts, Darmstadt zu Hause, Köln auswärts, Wolfsburg zu Hause, Union auswärts, Hoffenheim zu Hause, Heidenheim auswärts, Dortmund zu Hause, Frankfurt auswärts, Bremen zu Hause, Leverkusen zu Hause, Bayern auswärts und Augsburg zu Hause. Also gehen natürlich die Hinrunde durch, ne. Stopp hier kurz bei Augsburg, weil das ist der letzte Spieltag dann in diesem Jahr, 2023, eine englische Woche im Dezember. Das könnte kalt werden und ist scheinbar, wenn ich mich jetzt nicht verschaut habe, auch die einzige englische Woche, die wir haben für das Jahr jetzt noch, 2023. Danach im Januar dann noch im neuen Jahr Gladbach auswärts als 17. Spieltag. Was auch heißt, wir haben auch am letzten Spieltag ein Heimspiel. Auch sehr, sehr geil zu Hause gegen Gladbach am 34. Spieltag in der jetzt ja MHP Arena. Am 18. Mai 2024, das ist auch schon sicher terminiert, weil letzter Spieltag spielen alle parallel, Samstagmittag 15.30 am 34. Spieltag und das eben der 18. Mai im nächsten Jahr. Sonst gibt es noch keine genauen Ansetzungen, das wird wahrscheinlich auch irgendwann dann kommen. Heimspiel am ersten letzten Spieltag ist absolut immer geil, wahrscheinlich so mit das Geilste aus dem Spielplan. Schade ist halt, dass man diese, oder finde ich zumindest, dass man diese Doppelungsphase, sage ich mal, in der Hinrunde hat. Heimspiel gegen Bremen, Heimspiel gegen Leverkusen hintereinander. Was eben heißt, dass du in der Rückrunde in der Phase zweimal auswärts ran musst. Hätte ich irgendwie geiler gefunden, wenn du eben im Saison-Endspurt in der Rückrunde, wo sich so ein bisschen mehr entscheidet, dass du in der Hinrunde eben da lieber die zwei Heimspiele gehabt hättest. Aber wer weiß, vielleicht kommt es auch einfach daher, dass wir auswärts zuletzt echt nicht gut waren oder zumindest Ewigkeiten keinen Sieg holen haben, so Geschichten. Vielleicht ändert es sich ja, wenn wir nächste Saison auswärts stärker sind, dann nimmt man es natürlich lieber mit in der Rückrunde. Aber ich hätte schon lieber Heimspiele oder die mehr Heimspiele in der Rückrunde als in der Hinrunde. Und wenn man sich den Plan durchschaut, eben auch die vermutlich stärkeren Gegner so ein bisschen in der Rückrunde im Saison-Endspurt am Start. Dafür musst du eben auch direkt zum Saisonstart abliefern, das ist ganz klar. Klar, Leipzig und Freiburg sind dann die schwereren Lose da, aber sonst muss was gehen. Bochum, Mainz, Darmstadt, Köln, Wolfsburg, da muss was gehen. Und eben auch gerade, wenn man ans Ende schaut, dann kommt Dortmund, Frankfurt, Leverkusen, Bayern. Immerhin ganz am Schluss, vorletzter und letzter Spieler, Augsburg und Gladbach am Start. Aber ist ein Spielplan, wo ich auf den ersten Blick sagen würde, sollte man es nicht unbedingt auf die letzten Spiele ankommen lassen. Klar, Augsburg auswärts ist vielleicht machbar, wenn wir es vom 30. Spieltag kriegen. Letzter Spieltag Heimspiel, wie gesagt, richtig schön, richtig nice. Und gegen Gladbach zu Hause geht auch meistens was so. Aber wenn man im Abstiegskampf steckt, was ja nicht unrealistisch ist, was wieder passieren kann, ist, glaube ich, so ein Ende der Rückrunde nicht so leicht. Ich finde den Spieltag oder den Spielplan, die Ansetzung schon immer spannend so. Habe mich schon darauf gefreut heute, auch wenn es natürlich keine Saison vorhersagt. Und wir haben ja auch gesehen, verschiedene Klubs eben dann vielleicht doch eine komischere Saison, als man erwarten würde, und dann vielleicht doch ein Spielplan dann in Phasen schwerer wird, als es zu erwarten war auf den ersten Blick. Aber ich glaube, wir können schon recht zufrieden sein mit dem Spielplan. So, vom Gefühl her wird die zweite Saisonhälfte schon etwas happiger. Wieder mal schon, du fokustest immer auf den Saisonbeginn, den sollst normalerweise nie groß verkacken. Aber wenn du eben schwere Gegner hast, ist es, ja, ich sag mal, einfacher, das zu verargumentieren, wenn der Saisonstart ein bisschen in die Hose geht. Aber der jetzt sollte schon ein paar Punkte kommen, ohne es, wie gesagt, zu viel erwarten zu wollen. Aber der Saisonstart sollte schon funktionieren, weil eben auch gerade, wir wissen es, wie letztes Jahr war, letzte Saison war, den haben wir ganz schön in den Sand gesetzt, den Saisonstart, plus eben auch, wir kennen den VfB-Herbst. Und da habe ich jetzt keinen Bock drauf, wie letzte Saison zum Beispiel, wann war es, 9. oder 10. Spieltag, den ersten Sieg zu holen, dann gegen Bochum zu Hause. Das sollte diesmal gerne schon ein bisschen früher kommen, wie gesagt, vielleicht sogar schon am ersten Spieltag, dann gegen Bochum dann auch wieder, tatsächlich am ersten Spieltag. Schade, wie gesagt, um diese zwei Auswärtsspiele am Stück in der Rückrunde. Sonst aber wirklich recht ausgeglichen, auch in der Mitte der Saison. Recht ausgeglichen, wenn man da schaut, mit Hoffenheim, Heidenheim. Dann kommt mal Dortmund, dann kommt Frankfurt, ein bisschen die schwierigere Phase. Aber schon generell recht ausgeglichen. Saisonstart ist wichtig, ist ein bisschen, ist auch von Gegnern her, vom ersten Gefühl her machbarer als der Saisonendsport. Der ist ein bisschen schwerer und der Mitte ist so ein bisschen ausgeglichen. Deswegen finde ich das echt in Ordnung, den Spiel, bei dem wir hier am Start haben. Und ich glaube, das ist das Geilste, was man sich wieder rausziehen kann. Dann erster Spieltag und letzter Spieltag, beides Heimspiele, ist schon sehr, sehr geil. Und ich weiß gerade die Planungen nicht aus dem Stehgreif, aber in Richtung Rückrunde müssten wir dann eigentlich theoretisch auch wieder das Stadion komplett am Start haben oder nicht. Weil das Stadion soll jetzt zur EM 2024 fertig sein. Und ich glaube, zur Rückrunde dann auch schon fertig sein. Das heißt, das erste Heimspiel könnte dann Leipzig sein, wo wieder alles am Start ist, wo der Umbau dann fertig ist. Mal gucken, ob sie das hinbekommen von den Planungen. Wir hoffen es einfach mal. Das heißt, das ist auch vielleicht interessant. Das heißt, das erste Heimspiel wieder oder die Rückrunde in der Saison wieder dann möglicherweise mit eben 60.000 im Rücken. Das können dann vielleicht diese zwei Auswärtsspiele in der Rückrunde wettmachen, wenn du wieder einen kompletten Support hast im Stadion, wenn du 60.000 ausverkaufen kannst, statt diese, was weiß ich, 47.5 oder was es da jetzt sind. Also generell, um jetzt hier nicht zu viel zu labern, noch guter Spielplan. Heimspiel, erster und letzter Spieltag immer sehr nice. Gerne eure Meinung in die Kommentare zum Spielplan. Vielleicht auch Geschichten, die mir nicht aufgefallen sind. Und natürlich gerne wie immer auch Like und Abo da lassen. Kostenlos, ganz klar Geschichte. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.